Wir haben unsere bisher komischste Bestellung im Wert von 999 Euro bei uns im Shop erhalten. Yo, danke, Jenny, Mann! Hi, Jenny. Ich würde sagen, wir verpacken die Bestellung jetzt. Als erstes hat Jenny einen Hotchip bestellt. Weiter geht es mit noch einem Hotchip. Noch ein Hotchip. Noch ein Hotchip. Noch ein Hotchip. So, Jenny. Da du 100 Hotchips bestellt hast, schenke ich dir ganz einfach nochmal 20 Hotchips zu deiner Bestellung dazu. No joke, diese Hotchips sind immer so schnell ausverkauft. Falls auch du möchtest, dass wir deine Bestellung in einem Video verpacken und auch coole Sachen geschenkt bekommen möchtest, schreib deine Bestellung gerne in die Kommentare. Link zum Shop findest du in der Bio. Oh, Jenny, hat dein Automat und verkauft die Hotchips da drin?